Soll ich jetzt fertig mit eurem Wölfchen bin, wäre geschehen. So. So. So, nochmal hier. Ich muss den nächsten dran er aufkommen. So, hier nochmal. Ich muss aber aufpassen, dass wir den Gang wohin rennen und dann halt... ...dann dann ein bisschen Dorf. So, hier haben wir jetzt vollen Umfang noch, also das sind so viele Fragezeichen noch. Und dann haben wir hier dann noch. Also, wir haben noch einiges zu tun. Genau. So. Mein Bein ist eigentlich noch, mein Fuß ist eingeschlafen. Und hier immer noch... Naja, wenn es da heißt, wieder, wir machen dann die... ...woord der macht. es ist so ein komisches gefühl jedes mal wenn mein fuß eingeschlafen ist es ist fast nicht mehr bewegt ein ort der macht so so ja so kann man jetzt so jetzt gehen wir hier wieder zurück das sind bestimmt die felder die wir da die ganze zeit rum hier ist auch noch etwas und dann auch mit einem sumpf da ist auch noch eine kleinigkeit da hinten auch und dann geht es hier weiter nach oben so und wenn man dann hier rumguckt gehen wir dann mal zu den Garnisonen von den schwarzen wahrscheinlich was ist das hier geht mir da hin aus so aber das Minus nur noch da dieses mal ohne dass man da fliegen so 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 ja jetzt sind wir wieder bei der dame Ich guck mal bei der Daumen, wo die jetzt hockt, weil das würde mich schon mal interessieren. Die habe ich jetzt natürlich nicht angemacht. Aha, die Bontille. Zumindest hat sie wenigstens da gesammelt. So, dann machen wir mal. So schön ist das wahrscheinlich wieder, so Nestor. Ja. Nigger! 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 Nigger tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Weg mit dir. So, dann haben wir schon mal den ersten durchgemacht. Also wenn wir so weitermachen, können wir noch die Stufe 8 machen. So, dann haben wir eigentlich noch mal eine Absurde zu machen. Und dann machen wir Klaus, Mutter, Kanika und das hier. So, dann haben wir das auch mal soweit. Wir haben die Zweiter mit Necker. Von der Neckerfreunde. Wir haben ja genügend Bomben. Zumindest sind wir wenigstens gut. So. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Dann werden wir ja genügend Bomben. So. So. Ich mach kurz noch mal was. So. Hier noch mal was. Und dann geht es hier weiter nach da. Die Pormer gar nicht machen. Weil. Die sind noch. Zu stark für uns. Und dann mach mal. Das mit dem. Und dann. Das ist schon ein bisschen komisch, ne? Also. Na. Wie lange soll ich noch machen? Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Ich weiß auch nicht wieviel ich davon jetzt töten kann. Oh. 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 So. Wir haben jetzt natürlich. So. Wir haben jetzt natürlich. ganzen Mega-Kram jetzt auch noch gemacht. Wir haben noch mal was. noch mal was. es ist schon krass, was wir alles so für Sachen haben. So. Der nächste Kram ist hier und dann da. Der geht zwar runter. Und hier noch mal paar Dings. Hier noch mal Dings. zumachen. Oh. da hinten nochmal was da. Dann gehen wir erstmal hier her. Dann haben wir erstmal das alles gemacht, was wir hier in diesem Gebiet gemacht haben. Hier versteckt der Schatz. Okay. Wo ist denn hier? Oh. Ich habe die Köpen richtig vermieden. Oh. Ich habe die Köpen richtig vermieden. Oh. 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 Ich bin nicht zu küssen da, also das können wir machen wenn ihr alle... So und hier haben wir noch Honig, das ist sehr gut. Das können wir innen mal. So, oja. Das kann ich nicht mehr sagen. So. Und hier noch. Versteckter Schaps. So. 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 Was er bald absolut zusammengekriegt. Kann ich auch mal ausrüsten. Plätze, Plätze, Sonne oder was. So. So und dann haben wir ja... So. Ich finde, du Surfer das verstecktes Mannes. Mal. War ich da oben gerade da dabei noch oder wieder was? Ich nehme das jetzt auch noch mal so durch. Das war aber der große Rausschwaber. Jäbe es sind 1.5ml 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 Irgendwo hier zwischen den... Ah ja. So. Das ist alles wieder schlecht. Hier. So. Wir sind ja eigentlich auch schon sehr fortgeschritten. So jetzt machen wir einfach weiter hier liegen. Wir sind ja eigentlich schon fast... Level Up. Das geht so schnell grad momentan. Ich weiß nicht, wieso das so fast läuft. So. Wir können die beiden haben ja in den letzten Parts gemacht. So wie man ein Gunmaster lässt. Wie du dann hier kannst. Oh, Taki! Au! Nein! Wir können uns in den Spiky-Raisen hier... ...pick mit dir. So, dann haben wir jetzt... So, dann haben wir das schon mal erledigt. Also wenn das ja so weiter geht, haben wir bald keine Fragezeichen mehr. Wir sind ja auch schon bald bei 800. Wir sind ja auch schon bald bei 800. Aber bald bei 80. Ich bin ja bald bei 800. Wir sind ja bald bei 80. Das ist ja auch schon bald bei 80. Bei 80. Ich bin ja bald bei 80. Auch hier ist das肉... Das ist ja nicht weg! So, da... Das ist doch noch keiner! Das ist ja nicht weg! Und was? Oh, jetzt bist du da. Hey, ho. Tschüss. Hey, ho. Ah ha! Das ist ein ganzer Werkzeug-Scheit. Das ist schon mal sehr gut. Ich bin schon wieder wundern, wie die ganzen Werkzeuge sind. Ja, jetzt nehmen wir mal wieder was. Das ist Geisterstaub. Seit wann hat man hier Geisterstaub gelagert? Wir haben ja alles mit hier, die Banditen. Das hat ja jetzt nichts genutzt. Hier sind wir jetzt, 922. Oh, noch ein bisschen. Das brauchen wir ja noch, bis wir in der Seite ausgehen. Aber ich finde es gern mit diesen Fässern, dass wir halt die Sprengung besser, dass es aber soweit explodiert, dass auch noch ein Kollege da gestorben ist. Das hat sich jetzt natürlich nicht gedacht. Ja, der Mensch war ja schon noch ein bisschen auf der Luft bei ihm. Aber gut. So, wir werden da was. Ein Sturm, verdammt! Wow. Ja, du hast schon Angst vor einem Sturm oder was? So. Kann ich aber hübsch Gedanken machen. Ja. So, der nächste ist hier und dann geht es hier sogar noch rüber. Und dann haben wir hier die ganze Sache durch und machen dann quasi... Ja gut, diesen Fahrzeichen brauchen wir nicht. Bei den kriegt man erst, wenn wir in der Nähe, wenn wir mit der Hauptquest weiter sind. Also ziemlich arg weit. Und... Ähm... Ja. Vielleicht schaffen wir es doch vielleicht die Fragezeichen da hinten noch zu machen. Und wer hat dieses Gebiet erst mal soweit durch. So. Ich brauch schon was wieder... Gibt uns zum... Gibt so ein Surfgebiet. Oh. Oh. Wir haben was dabei. Das war ein Achtung. Das war ein Achtung. Das war ein Achtung. Achja. Achja. Schimmer. Norbert Distanz. Ja. Putt hier bitteschön in den Sumpf rein. Bitte schön. Besser gesagt wer reitet den Sumpf? Wird reden. Nö, das ist doch auch mal was. Aber Bomben haben wir. So, jetzt haben wir die Bombe. Wir können sie jetzt noch verbessern. So, dann haben wir verbessertes Hydratenöl. 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 Ja. Wir brauchen nochmal ein Auge. So. Dann wollen wir mal clean this motor game. Dann wollen wir die Dab.